Ja, liebe Kinder, grüßt euch, herzlich willkommen bei Spielspaß und Spannung mit dem Bäder. Wir sind heute da, um euch einmal beizubringen, wie man sich richtig die Hände wascht. Ihr Saubären, ihr Kreisligen, ist ja schon traurig, dass man sowas machen muss. Also, zuallererst brauchen wir mal ein Waschbecken. Klingt komisch, ist aber so. So, was sehr, sehr wichtig ist, das ist das Falsche. Das ist ein handelsübliches Desinfektionsmittel. Das bringt überhaupt nichts. Das verkauf ich übrigens für das neue MacBook Pro. Im Tausch natürlich. So, wir brauchen eine handelsübliche Seife. Und dann brauchen wir da einfach einmal ein bisschen Wasser. Und natürlich eine peerige Hutzelbürste. Zum Knack-Ausser-Bürsteln. So, dann nehmen wir mir einfach hier einmal einen Klecks. Und dieser handelsüblich in die Seite. So, die Hände schön nass machen. So, und dann das Ganze natürlich schön einwirken lassen. Sauber rein rein. Und wir müssen sich schon Zeit lassen. Man pressiert ja nichts, jetzt haben wir eh alle frei. Und dann, wenn wir das Ganze schaumig gerührt haben, noch ein bisschen würzen mit ein bisschen Pfeffer. Nein, das war die andere nicht schon. So, da haben wir eine Bürstel. Jetzt ist mir eben ein Wurstelbürstel, ein Sauerhausserbürstel da. So, ja, 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 ja. Und andere Seite natürlich auch, gell, schön aus der Bürstel den Scheißdreck. Ja, 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 ja. Die müssen auch schön sauber sein. So, und dann kommt der Praxistest, gell, ob es gelangt hat. Wenn man das abwascht, gell, erst wenn der Finger quietscht beim Waschen. Gell, der Finger muss quietschen. Dann ist er auch gescheit sauber. Dann kannst du wieder in die Rückfutze die Silofotznein langen. Gell, davor natürlich nicht. So, dann trinken wir das noch. Hey, Wasser will anrein, wenn wir auch nicht in die Puttl. Hey, und schneid es auch nicht. Ja, und dann sind wir auch schon wieder fertig mit der Sendung Wie wäre ich einen Coronavirus erfolgreich ab? So, jetzt haben wir da mal die Saustelle hergemacht. Gell, da wird Beirin wieder schimpfen, wenn es heimkommt. Aber ist doch wurscht. So, liebe Kinder. Und wenn es noch nicht lang ist, dann saufen wir einfach noch. Oh, mein, wie hasselnlos. Gell, guten Hasselnlos. Er hat noch einmal alles viel gemacht. Oh, ja, gut. Habt so gut war da, war das? Soviel zum Thema Handywaschen. Gell, in diesem Sinne, kommt es gut um uns um. Genießt es eure Freizeit, ihr rot gefurzerten Silorazen. Und wir sehen uns dann demnächst irgendwann. Okay? Eherati, hau diri.